hey meine leutchen und damit herzlich willkommen zurück mein name ist chris wir spielen liches menschen und gucken ob wir jetzt die drei kann ihn hin wo die kugeln er hatte die mütze bekommen das ist aber schade sagen wir wieder erst mal alles auf und ein und um haltet so wieder geld sammeln ansonsten gibt es noch irgendwas zu machen hier waren wir doch schon mal ein schlimmildu einfach Okay, schön, haben wir die auch geschafft. So, wo gehen wir denn jetzt lang? Rechts, links, oben, unten. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß es nicht, dafür. Weiß gar nicht. Wir gehen mal nach hier. Okay. Oh, ne Erde. Okay. Jetzt haben wir es nicht. Sehr schön. Ich dachte, er ist wieder ganz viel Geld fein. Macht er aber nicht. Der alte Spielverderber. So, also hier kann man wieder rausgehen. Hier passiert nichts. Dann wählen wir natürlich diesen Raum. Okay. Schlingel du. Oh, wie lang ist der? Oh, wie lang ist der? Wow, geschafft. Schön. Was bleibt denn noch? Der Raum? Das ist aber gemein. Völlig glücklich, das Zeug auf mich zu schmeißen. Das ist echt nicht nett. Ich hasse die Keister. Ich hasse die Keister. Die Kerse. Ich mag die Wehe. Die Bär. 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 Wie lang ist das? Du Krepeln. So, da waren es nur noch zwei, oder? Das verliebt doch mal mit dem Herz. Und da war es nur noch eins. Oh, Banane. Wow. Kannst du schon die Bananen wegsaugen? Schade, dass hier hinten nicht so viel Nebel ist. Da würde viel eher auffallen. Wo ist der denn? Ah, schön. Oh, toll. Oh, oh. Das Ganze ein bisschen zu eng. Okay, haben wir auch kaputt bekommen. Sehr schön. Oh. Nicht so einer. Ich hasse die. Und ich hasse den. Die gehen. Oh. Okay. Okay, das sind jetzt die ganzen. Komm mal, bleib mal ein bisschen mehr bis hin. Denn da ist es dann leichter zu sehen. So, da hinten geht es nicht. Achso, stimmt, da habe ich eine Karte. Da waren wir schon mal. Okay. Okay, dann gehen wir nochmal hier in den Raum. Wo ist es? Ah, der hammert den. Nee, du ist nicht dein Freund. Komm mir ein, du war. Noch einmal und weg ist er. Sehr schön. Da sind sie. Die drei kleinen Gespenster. Autsch. Sensor. Kommt die nochmal wieder? Stimmt. Eins, zwei, drei. Oh, zwanzig. Oh Gott, warum wende ich denn da wieder? Okay, merke, Karten ausweichen. Okay, hat der Hupe? Hupe funktioniert. Ich will das Herz haben. Okay, die eine haben wir schon weg. Da waren es nur zwei. Also, Karten ausweichen. Okay, merke. Eine ist eine Bombe, das ist nicht gut. Ich weiß jetzt nicht, welche. Das ist sozusagen der rechte, der mittlere. Karte eins. Ich fahre ich aus. Saug die überhaupt nicht ein. Der obere, das ist recht. Autsch. Scheiße. Jetzt habe ich den Plan verloren. Komm, steh auf. Oh, ey, warum hat er das? Komm rein mit dir. Du Schlingel. Okay, eine ist auch da und die ist in der Mitte. Links, Mitte, rechts, Mitte, rechts. Wenn wir noch rechtswörtig meinen. Und ich versuche sie aus Augen zu lassen. Oh, es ist dunkel. Ich weiß nicht, ich habe den völlig los. Oh, das war gut. Komm her, du Schlingel. Und rein mit dir. Wow, das ist nicht gut. Yay, wir haben Herz. Oh, yeah. Schön. Kann man jetzt in die zwölfte Etage. Genau, da kommen wir hin. Herz haben wir auch geschnappt. Und dann können wir wieder zum Ausgang gehen. Wir laufen noch kurz gemeinsam alle zum Ausgang. Freunden uns riesig über diesen Erfolg. Alle Juwelen. Geister beim ersten Mal besiegt. Okay, dann halt nicht. Bitte weiter. Wir wollen jetzt hier lang. Vorsicht, der Ventilator nervt. Oh, das war ein bisschen schwierig mit den Geistern. Hat mich echt doof angestellt. Aber egal, wir haben es geschafft. So, sind wir hier. Und hier haben wir angefangen. Und hier ist der Aufzug. Rein. Und hier warten wir uns. Das nächste Mal geht es weiter. Wir fahren in die Etage 12. Ja. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr es gerne kommentieren, abonnieren. Und ganz viele Däumchen hinterlassen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal, Herr Chris. Bye. Bis zum nächsten Mal.